Hallo Gartenbeunde, heute Teil 2 des Videos Stadtfest Meridupol. Aber erst lassen wir mal die Kohlenmause fliegen. Heute ist das ganze Zentrum abgesperrt, das ganze Stadtzentrum, keine Autos, wird vorn irgendwas im Gange, viele Menschen. Viele Menschen, viele Menschen, Menschen, Menschen. Kann man sehen, was es hier gibt? Miliz. Das ist alles wie eine Demonstration. Die Polizei. Die Stimme. Die Polizei. Die Polizei. Die Polizei. Das ist eine Demonstration. Universität, Universität Studenten. Das ist hier die Polizei, die Schule. Das große Studenten, auch Studenten, Universität, sehen aus wie Harry Potter. Gestern das Video über die Wasserspiele war scheinbar erst mal Probe. Heute funktioniert es richtig am Rathaus. Übrigens, heute ist Meredukul 240 Jahre. Eine junge Stadt. 240 Jahre, Meredukul. Wie heißt sie? Juninstadt. Was soll ich hier darstellen? Metallwerk, Illitsch. Wie hast du dargestellt? Ein bisschen leer. Das weiß ich nicht. Das soll ich darstellen. Das ist die Kinder von der Schule. Wir machen weiter. Wir spielen den Basketball. Meredukul. Erste Liga. Sehr gut. Basketball. Hier ist die Klaude. Hier ist die Klaude. Hier ist die Klaude. Hier ist etwas Interessantes. Ukraine. Hier ist die Klaude. Ukraine ist ja Klaude. Die Klaude ist die Ukraine. Die Ukraine ist ja Klaude. Eine Klaude ist ja auch für klaude. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier war, neu, hier war ein Springbrunnen, so den Springbrunnen hat sie sieben Jahre gebraucht, zum Bauen, jetzt haben sie hier neu gemacht, Wasserspiele, da haben sie sogar eingeschränkt, dann geht's hier, sechs Monate noch. Jugend für das Gleich-Losrennen. Ah jetzt! Hier kannst du einen Luftballon kaufen. Hier im später Konzert. Also haben sie ganz gut hingekriegt. Die Mauer und die Bänke sind auch neu. Also für sechs Monate Arbeit ist schon ordentlich. Was sie sonst immer Jahrzehnte gebraucht haben. Wird auch neu. So Gartenfreunde. Das war der kurze Rundgang. Meine Stadtfest. Hier ist übrigens noch mal das Theater. Ich werde jetzt auch zu dem gemütlichen Teil übergehen. Dazu brauche ich keine Kamera. Werden wir mal zum Abschluss gehen. Das war's. Übrigens dort hinten gibt's Suppe. Das war's. Das war's. Das war's. Super Push. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung. BR 2018